Ah, wow. So. Dann, äh, so. So, hier kommt die Tür hin. So. Sehr schön. Und dann brauchen wir aber auch noch, ähm, eine, äh, Türe, ne? Ich hab ne Tür. Ich auch. Hast du nicht? Doch. Boah, die seh ranken, ey. Wirst du, ich hab ne Tür. Hey, mach das doch so. Nein. Was? Nein, boah, die wachsen doch dann wieder. Warte. So. Jetzt wachst du auch wieder. Du solltest hier ein paar Fackeln setzen. Ach so, ja, ja, ja. Ich hab dir da wieder eine Ranke hingesetzt. Du wirst ein Ei. Ja, aber durch die Fackeln wachsen ich glaub ich nicht durch. So. Nee. So, ich würd' sagen, wir setzen uns das Bett jetzt erstmal hier und machen mal Tag hier, oder? Ja, ich schlaf schon. Ach so. Du bist voll die Schlafmütze. Ja, ist wirklich so. Ich geh's dann gleich pennen. Ja, wir haben schon halb elf heute. Halb elf, kannst du nicht die Uhrzeit lesen? Ist schon halb drei. Ja, wir sind halb drei nachts am Aufnehmen hier, wir setzen uns richtig für euch. Schau, was hab ich gesagt, du klaus mir mein Glas. Ja, wir machen aber Glas Scheiben, ne? Das Glas hab ich aus deinen Pisten gefarmt, also bitte. Wir machen mal Glas Scheiben, ja? Hier, ich kipp dir den Restglas. Da lieg' ich Glas für dich. An meinem Crafting-Table. Ja, ja. Schalte ist kein Piff Pianis. Hier, komm mal her. Was ist denn? Ich rotz dir was. Rotze, ich will keine Rotze. Jetzt nimm die Scheiben. So. Ja, verstanden. Jetzt nimm die Scheiben. Nee, X hab ich verstanden. Jetzt bist du schon wieder so leise, ne? Nein. Ja. Nein? Ja. Doch. Schlimm mit dir. So, ich denke hier ist sogar eine ganz coole Stelle für so einen Baumhaus. Ja, hab ich gut ausgesucht, ne? Ja, genau. Ja, ne? Ja. Sag mal weiter, dass du das ausgesucht hast. Ist okay. Wir wollen dir ja... Ja, liebe Leute, schreibt mal alle in die Kommentare, dass ich voll episch bin und so, dass ich die besten Plätze finde. Disliket mal alle seinen Kanal, damit er gelöscht wird. Denke dran, meine Videos haben auch so 200 Klicks zwischendurch. 200 Dislikes, dann ist dein Kanal weg. Ohi. Ich wette jetzt, dass du voll gehattet. Nein. Ich bruch Holz. Dummes Arschloch. Spastu, ey. Penis! Wo kriege ich jetzt so schwules Holz her? Äh, hier, ich kann dir... Wenn du, äh, den Dirtblock wieder setzt, dann setze ich dir was, damit du Holz kriegst. Nö, setze ich nicht. Wir verarschen. Ja, aber natürlich. Dich will doch jeder verarschen. Hast du das noch nicht gewusst? Hier oben hast du noch... Wirklich nicht gesprochen. Hier hast du noch ein Baum. Oh. Hast du denn da wenig Sinn? Nein, mein Dirtblock. Wo ist ein Baum? Was? Oben auf meinen Baum. Auf deinem Busch ist ein Baum. Äh, ja. Genau. Wenn du das so sagst. Nein, meine Hacke ist kaputt. Du schaffst es echt. Wo ist denn deine Diamant-Hacke? Nein. Baut dir meinetwegen eine aus den Diamanten, die da sind. Wo sind Diamanten? Naja, in meinem Haus. So, ja. Was schaff ich echt? So. Du hast deinen Satz vorher nicht beendet. Was denn? Du schaffst es echt. Kannst du bitte mal, äh, Dirt mitbringen? Nö. Sag bitte. Hab ich doch. Hab ich nicht zugehört. Äh, Dirt, 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 Dirt. Ja. Du hast ja gar kein Dirt da. Nein, da ist nur eine Kiste, die heißt Erde. Da ist das eine Schild und dann steht aus oben und unten drunter eine Kiste und die sind jeweils für Dirt. Du lügst. Ähm. Wo ist denn jetzt? Du, diese Map steht auch zum Download bereit. Also, ähm, da werden sich ganz viele das schon gesehen haben. Ja, ja, wie viel brauchst du denn? Dann bringen wir einen Stack mit. Ein Stack reicht mehr als genug. Theoretisch brauche ich nur drei. Ich hätte mir jetzt fast eine Spitzhacke gemacht. Äh, drei Stacks? Theoretisch brauche ich nur drei Dirt. Bring mal einen Stack. Ich hab drei Stacks eingesteckt. Ja, dann bring halt drei Stacks mit. Auch egal. Also, diese Etage hier, ähm, wird die Aussichtsetage, die hier, die ankommenden, ähm, ja, genau, die ankommenden Schiffe begutachtet, die halb hier in die Nähe kommen. Ich denke mir gerne Geschichten aus, also verwundere dich nicht. Verwunder? Ja, genau, bewundere mich mal. So. Ja. Ja, mach ich irgendwann dann mal. Genau. Ach ja, was Dirt wolltest du jetzt haben, ne? Mh, du hast doch gesagt, du hast schon drei Stacks. Ja, hab ich auch. Jetzt maum ich halt nicht so an. Doch. Ja, komm. Weißt du, während du hier, ähm, Stradidra-Dramen machst, hab ich hier schon ein ganzes Haus fertig. Ja, hab ich auch. Jetzt hol dir dein Dirt ab. Mh, bist du dumm. So. Der kriegt heute noch ein Herzkarabasca oder so. Was? Ist egal. Herzkarabasca. Klabasca. Versteht türkisch nicht, du musst mit mir Deutsch reden. Ja, ist okay. So, und zwar werden wir jetzt den hier machen. Wen? Guck mal auf mein Haus. Siehst du, wo ich stehe? Mh, jetzt wird's groß. Oh, ein Mega. Werde dieses Wort nicht weiterführen. Penis! Was? Ich hab noch gar nichts gesagt. Du, Eva? Ja. Ja. Ähm, hättest du mal im Let's Play-Together-Minecraft sehen müssen. Da haben wir einen, äh, fünfstöckigen gemacht. Scheiben. Fünf was? Fünf-stöckigen Baum. Ja, Glas-Scheiben. Ja, komm her. Ja, jetzt muss ich mich jetzt hier anlocken und dann hier... Ich hab sie dir extra schon rausgerotzt. Ja, ich bräuchte noch... Naja. Nee, du brauchst noch mehr. Das geht aber mal gar nicht. So, jetzt hab ich mir aus der Truhe, äh, aus dem... Also, äh, sollen wir eigentlich mal, ähm, offiziell machen, dass du jetzt, äh, bei dem Alter, willst du mich verarschen? Nein! Nein! Du verarschst mich, oder? Was, nein? Das sieht nicht scheiße aus. Guck mal meins im Gegensatz zu deins an. Die Zuschauer sollen... Ja, eins ist viereckig. Die Zuschauer sollen entscheiden, ganz einfach. Gucken sie eh nicht. Doch, bei mir schon. Okay. Dann bin ich ja mal gespannt. Meine Abonnenten sind voll aktiv. Also, die, die gucken meistens... So, Kommentare... Mal gut. Okay, dann... Dann wird meins bestimmt hübscher, Leute. So, ich sollte vielleicht auch mal ein paar Fackeln setzen, oder? Ich werde euch allen ein Kind schenken, wenn ihr mich... Mich, äh, unterstützt. Ich glaub, von dir will keiner ein Kind haben. So. Hast du noch Holz? Hast du noch Holz? Äh... Weiß ich nicht. Wo bist du denn? Nee, ich hab kein Holz mehr. Ich muss erst Holz... machen. Aua. So, pass... Ich will mich hier voll irgendwie so... Hast du eigentlich noch Saplings? Nö. Doch. Ja. Gib... Gib mal die Saplings. Nicht die... Ma, gib mir nicht den ganzen Schrott. Ich brauch nur die dummen Saplings. Ich brauch das andere Zeug auch nicht. Das ist doch geil, oder? So mitten auf der Brücke. Der ist wieder so hoch. Nein, hör mal auf mit den Pflanzen. Ach was. Mach mich traurig. Ich mach dich traurig? Ja. Äh, ach nee, so ging dat, glaub ich. Jo, ich brauch nur viel mehr Holz. Nein, mein letztes Holz. Was hab ich jetzt das Holz gebraucht? So, ja, genau. Kannst du mir ja geben. Ja. Ja, komm her und sag bitte. Danke. Danke. Ich hab auch noch Zäune. Ja, hier, dann mach mal voll. Das mach mal voll, voll. So. Das war ohne Scheiß, Leute. Mein Haus ist echt schöner. Nein. Aber auf jeden. Hör auf zu lügen. Mein Haus ist viereckig. Mein Haus ist höher. Meins? Nee, deins. Ja, meins ist höher. Meins ist dieselbe Höhe. Nein, nein, guck doch mal. Meins ist höher. Meins ist größer, ja? Soll ich dir was sagen? Ja, meiner ist größer. Lass mal hinlegen. So. Ja, dieses Projekt wird hoffentlich noch nicht mehr viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen. So. Ich bin jetzt bis außen. Ja. Ja, ich bin dann gleich weg. Ja, mir fallen die Augen schon langsam und so. Ich bin total übermüdet. In letzter Zeit. Ja, ich baue jetzt hier noch mein Dachruf. Und dann... Tu mal hier, was ich für dich habe. Nur noch ein paar Diamanten farmen und dann hast du dann für mich... Ein Penis. Äh, er hat Penis gesagt. Ja, Gesundheit. Jo. So, wau mal gucken. Kommt davon. Ich brauche Setzlinge. Wohl. Ja, das sieht... Mit die beste Art Setzlinge zu fahren. Einfach die... Nur ich finde die Dschungelbäume, die lassen so selten welche fallen, ne? Das ist voll ätzend. Manchmal. Mein Spruch. Den habe ich gepachtet. Gepachtet, oder? Geronimo! Batsch. Gucken wir hier noch ein paar liegen. Scheint ja nicht so. Verdammt. Wer hat mich da jetzt denn geschrieben? Wie geschrieben? Ich bin nur auf abwesend. Nur beschäftigt. Ist es, äh... Diese Nachricht mit dem Skype-Team, ey? Ja, die nervt mich total. Wer die mir schreibt, das kann ich schon mal jedem sagen, der mich in Skype hat. Ich mache da auch keine Ausnahmen mehr. Wer mir die Nachricht schreibt mit diesem Skype-Team, der wird bei mir gekickt und gebannt. So. Das war jetzt... Du wirst dann auf Skype von Kirschi gebannt. Ja, aus meiner Liste. Und da habe ich schon drückend geschrieben. Stofi, bitte schickt diesen Brief weiter. Wenn ihr noch einmal diesen Schrott da weiter schickt... Zeige ich euch an! Nein, so nicht. Aber irgendwie ist das ähnliches. Loll, lol, lol. So. Es sieht ja schon mal ganz gut aus. Hast du überhaupt ein Prinzip mit deinem Haus, was du da baust? Hast du mich jetzt verarschen, ey? Ja, ich baue immer Häuser, damit die auch was bringen. Ja, mein Haus, äh... Bringt mir Unterschlupf. Boah, ich finde das... Ich meine, die Mauer mit dem Cobblestone sieht da scheiße aus. Und dieser blöde, viereckige Kasten da von der Monsterfalle. Aber das Haus sieht so übelst geil aus. Mach mal essen. Hm? Mach mal essen. Versteh ich nicht. Hast du Cobblestone? Äh... Nein, ich hab nur Cleanstone. Gib mir mal Cobblestone. Ich hab nur Cleanstone. Ja, gib mal her. Nein, ich hab... Ach nein. Ich brauch keinen Cleanstone. Ich hab doch gerade fünfmal gesagt, ich hab nur Cleanstone. Ja, und ich brauch Cobblestone. Ja, in der Kiste, wenn überhaupt. Ich hab eigentlich kein Cobblestone mehr. Ah, hier komm ich einfach nicht mehr raus... Komm mir irgendwie verarscht vor, wenn das macht. Aber meistens, weil ich auch noch versuche, dich mal die ganze Zeit zuzubauen, ne? Sonsten hier kannst du selber noch machen. So. Ja, so geht's weiter jetzt hier. Äh, hast du jetzt eigentlich noch Zäune? Nö. Bist du der Zaun? Äh... So, das musste jetzt sein. Ausnahmsweise einmal im LP. So, ich... Zum ersten und letzten Mal, hoffentlich. Ja, ja. Ja, wie gesagt, ich kann auch nicht mehr langer. Wie gesagt, mir fallen die Augen schon zu. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich hier baue. Ja, heul halt rum. Ja, drum baust du auch richtig hässlich. Das liegt nur daran, weil du müde bist. Ich baue nicht hässlich. Ich baue episch. Episch hässlich. Das ist ein neuer Begriff, der deine Baukünste beschreibt. Ah ja. Und wie, wie ist... Was sind dann deine Baukünste? Das ist, ähm... Episch überheftig, hässlich. Ja, überheftig. Ich hab voll den heftigen, weißt du? Sag jetzt nicht, was du hast. Boah, jetzt ist das Niveau echt so runter. Ja, das liegt an dir. Ne. Das liegt daran, dass ich einfach nur müde bin. Ach so, ja genau. Jetzt wieder auf die Müdigkeit schieben. Ja. Es ist noch nicht mal elf. Du hast gemeint, ja komm, wir nehmen bis elf Uhr auf. Jetzt machst du hier schlapp, ey. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich so heftig müde bin. Ich bin episch heftig müde. Du hast die Woche hart gearbeitet. Mhm. Netzteil eingebaut. Definitiv. Du brauchst noch Kappels, dann hast du noch was. Nein, dann musst du mal in meine Kisten gucken. Tu mir nur einen Gefallen und pack bitte alles, bevor du rausgehst. Nachher bitte raus dein Inventar raus, ja? Ja, aber erst einmal tue ich hier mein Zeug fertig machen. Wolltest du auch, wenn ich jetzt hier eine Aufnahme beenden würde? Oder was? Was, mein Baumhaus fertig bauen? Mhm. Äh, was möchtest du jetzt? Ja, ich will überlegen, ob wir vielleicht doch die Aufnahme langsam beenden. Nein, ich baue jetzt schnell mein Dach fertig und dann machen wir den Abschluss. Hm, dauert nicht mehr lang. Ah, hier hast du kaum was dran. Schaffe ich zeitlich nicht mehr. Du bist die ganze Zeit am Hin- und Herfliegen, ne? Ja. Hast du ein Dach aus Blättern gemacht? Ich bin erst einmal da hingeflogen. Nein. Aber ja, war auch ne coole Idee. Es regnet dann überhaupt nicht durch, wenn es aus Blättern ist. Nein. Aber weißt du, wie du... Du hast wahrscheinlich bei deiner Wohnung auch das Dach aus Stroh, oder? Ja, klar. Ähm, aber weißt du, wie, ähm, ein Kollege von mir mal einen Bucket-Server zum Abstürzen gebracht hat? Ne, du wirst es mir aber gleich sagen. Der hat mit Worldedit eine riesengroße Blätterkuppel gemacht. Und damals, ähm, sind die Blätter noch despawned. Dann kamen Saplings raus. Ja, und du weißt, was ungefähr 1000 oder Items so am Boden machen. Ja. Danach funktionierte nichts mehr. Oi. Ups. Ey, warum gehst du mit meinen... Ey, das ist meins! Ja, das dauert mir aber so lange, wenn ich da noch weiterschwimmen muss. Du kannst halt eigenes Haus hochgehen. Ja, natürlich. Warum ist hier eigentlich ein Blätterboden? Weil du... da Blätter hingemacht hast. Und ich hab da keine Blätter hingemacht. Es ist ein Baumhaus und kein... Nein, 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 nix machen! Nein, lass das doch, hey! Geh, sieh, aufhören! Was denn? Das ist absichtlich so. Willst du mich jetzt verarschen? Nein. Lass das so! Ich will dich runterschmeißen. Schau mal, das ist jetzt voll hässlich! Alter. Immer diese Kinder. Mann, du hast einen Flymoot an. Nein, hab ich nicht. Gib mir zu. Bist du? Jetzt bist du selber runtergesprungen. Na gut, äh, wollen wir mal hier nicht so ein Terz machen. Der Ernst? Was für den Ernst? So. Geh weg! Wo ist er hin? In mein Inventar natürlich. Also, ich werde für's Erste fertig mit meinem Baum. Ach ja, ich soll ja noch so ein komisches Schild... Ja, das machen wir jetzt gleich noch und dann hören wir auf. Und dann kannst du das beim nächsten Mal weiterbauen. Weil fertig ist es ja noch nicht. Doch. Nein. Nicht ganz. Dann kommst du einfach demnächst nochmal zu Besuch. Dann müssen wir dieses Haus auf deinen Server mal übertragen. Das wäre ja bestimmt cool. Ja. Ich mein, müsste man sich jetzt erstmal angucken von Weitem. So, ähm... Ja, sollen wir uns dann mal wieder zum Haus begeben, am besten, ne? Bin für langer Ball. Ich muss grad gucken, ob ich springen kann. Gironimo! Wau-au-au-au-au-au... Ja, da sieht doch schon recht cool aus, so. Meinscht ja geil aus, ne? Da sieht beides geil aus. Nur, dass du das Glas in die falsche Richtung gemacht hast. Weil du willst doch zum Meer gucken. Hab ich doch auch ne Glasreihe. Ja, aber doch nicht so. Ja doch. Ja, ne. Ja, ich wollte halt dein episches Mistgebilde hier angucken. So, Kirschi, du bist jetzt ein Neger, du darfst jetzt hier alles platzieren. Äh, einräumen. Hallo, kannst du mal bitte das da in deine Kiste einräumen? Hab keine Kiste. Wo ist die? Das ist die obere. Okay, warte mal. Nee, die da war es. Genau, die. Oh, voll stressig, ey. Boah. So. Genau. So, und dann machst du dir noch ein Schild oder ich baue dir eben eins. Darf ich jetzt einfach alles, was ich hier habe, oder reinräumen? Äh, ja. Ich sortiere das später dann aus. Alles klar. Oh, Schatz. So ist richtig. Die 20 Diamanten behalte ich halt, ne? Nein. Ich weiß, dass du drei Diamanten rausgenommen hast und ich drei Diamanten rausgenommen. Waren sechs und 51 waren drin. Wow. So, drei plus drei ist sechs. Ja, ähm, ich hab schon ein Schild. Schau doch hoch. Hab schon alles fertig. So, dann gucken wir uns das jetzt nochmal eben an. Oh, jetzt ruckelt's gerade ganz böse bei mir. Wurzigerweise. Ah, ist kalt und dunkel. Wurziger hin, dann. Mah. Wurde Türen. Ja, genau. Er hat echt sein Unheil getrieben. Äh, kann man nicht anders sagen. Und, äh, ich würd sagen, damit werden wir uns im Whirlpool liegen doch noch verabschieden, oder? Nee, ich geh da nicht mit rein. Komm mit im Whirlpool. Komm. Einmal mit im Whirlpool. Komm mit. Oh, und dann auch noch mit Musik hier. So, wir sind voll nackig. Naja. Schönen Tag noch. Tschüss. Jo, tschüss.